Dänemark Dänemark, Österreich Hamburg Berlin 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 Wie lange? 10 Stunden. Was erwartet von heute? Der beste Tag unserer Leben. Re France. Wir kommen aus den USA. Florida. Kommt wieder nach Luz und warten auf euch. Fendt. Schweden. Slowenien. Fendt. 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 Wir sitzen hier gerade schon auf unserer Fan-Party. Am 30.11. in Hamburg. Wir fangen gleich an Autogramme zu schreiben. Und wir haben hier quasi die ganze Bar für uns. Und gleich geht's los. Wir haben gerade die Fans draußen schon gesehen. Und jetzt gibt's die Belohnung sozusagen für das schöne Voten. Wir bereiten uns gerade vor. Wir schreiben jetzt erstmal Autogramme. Und danach wird gefeiert. Also wir sind kurz vor der Party sozusagen. Der hat jetzt schon gesoffen. Ich hab jetzt schon gesoffen ja. Fendt. Also, ich gebe 500 Euro und Tom gibt 500 Euro, denn Gustav... Bestätige das, Tom muss auch sagen. Ja, ich dachte, ja. Okay, also jeder von uns schon wundert dafür, dass Gustav eine Minute lang an einem Ort unserer Wahl, wir müssen ja gleich gucken, wo es da am besten sich eignet, richtig abdance. Eine Minute lang. So, nehm richtig, ich zoome mir noch einen Song beim DJ auf. Jetzt geht's feiern. Party! Okay, ich freue mich am meisten auf das Tanzanlager. Warum macht ihr beide das eigentlich nicht? Sieht auch gut aus. Naja, weil bei mir sieht sie gut aus, das ist ja das Problem. Weil ich mehr koste. Ich bin ja auch gut aus. Ich bin ja auch gut aus. Ich bin ja auch gut aus. Das ist eine Worte. Ganz schön, da ein Bier, auf was ich nie leid. Was ist das, was ich? Was ist das, was ich? We are all together we can make it wild. Just make it. Holiday. Holiday. Mitzen. Vielen Dank. Vielen Dank für das Jahr und meine Dank für eure Unterstützung. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr bis zum Neuen Alli. Bis dahin, vielen, vielen Dank und auch noch einen schönen Abend. Bis dahin, ciao! You get up and somebody tells you where to go to. Wo ist Sarah? Sie sollte schon hier sein. Schau, da kommt sie. Hi Sarah! Hi Mädels! Entschuldigung, ich bin spät. Ich hab grad mein neues T-Shirt designt. Hey, cool! Ja, schön! Entdecke das neue V-Speak und chatte mit deinen Freunden. Animal Crossing. Let's go to the city. Nur für V. Die V-Speak und die V-Speak- 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 und Vielen Dank.